Und damit Willkommen zu Super Smash Brothers Crusade im Forgather mal wieder mit Alex, Jordan und Philipp. Man kennt's. Ja, jetzt kommt erstmal das Fortnite Battle Royale. Halt's den Maul! Bitte! Jo. Schön Jordan einstellen, so. Und ich hoffe jetzt einfach mal ist mein Antivirus-Programm alles akzeptiert. Den Sexy-Skin nehmen und dann easy. So. Lass mal Battlefield nehmen. Und Philipp ist Spieler 1, der keinen Namen hat. Weil er zu fett ist. Nö, weil mein Name da nicht reinpasst. Dein Name ist zu fett. Super Smash Brothers Crusade ist ein Fan-Game, spielt sich trotzdem besser als einige andere Leute. Nein. Als das erste. Ja, als 64 schon, aber 64 ist auch Garbage. Alles ist besser als das erste. Was willst du denn jetzt? Cedric, du Spass, ey. Ich bin mit den Garbage-Noob-Taktiken hier. Ja, ja, ich bin absoluter Noob in Smash Bros. Deswegen versuche ich jetzt einfach mit Noob-Taktiken zu haben. Ah fuck, ich hab Schild auf dem falschen Knopf eigentlich. Normalerweise hab ich Schild halt rechts statt links. Aber okay. Also, ich muss sagen, dass ich TTS-Teil leider besser schaue. Hä? TTS-Teil? TTS-Teil. Ähm, ja okay. Äh, falsche Richtung bei uns beiden. Ja okay, das ist ziemlich geil, wenn ich auf dem Controller... Oh, du dreckst Snoop, Alter. Oh, close mir raus. Ich liebe Gandalf. Das ist halt sein 12-Stand-Griff Neutral-B, was halt voll geil ist. Ja. Voll broken, der Typ. Skritt! So, kann sich in den... Oh mein Gott. Das ist halt so lame, so. Es ist halt... Ja, greif halt noch länger in die falsche Richtung. Man kann halt nichts dagegen machen, weil man nicht darauf achtet, so. Ist einfach zu irrelevant. Und das ist funktion... Junge Philipp fühlt sich auch ein bisschen zu krass gerade, ne? Tschüss. Gerade geht mir das alles irgendwie wieder auf den Sack. Kenn ich irgendwo her? Genau, ist ja dringend. Genau, tschüss. Und ich hab meinen Smash. Ähm, okay. Einfach Abstand nehmen von dem Spasten. Dann kann ich Chief gehen. Ich weiß nicht mehr, was das bringt, aber... Ja, bestimmt. Oh, oh. Hä? Ich hab doch... Flocken geklickt. Gib her. Yes. Mehr als verdient. Ich bin halt echt... Und BOOM! Tot! Als ob ich jetzt schon wieder tot bin. Du bist raus. Hallo Philipp. Hä, was ist das für ne dreckige Scheiße? Ich hatte doch nicht so viele Prozent. Ja, ist egal, wenn du rausflieb. What the fuck, warum kann Gandalf in dem Spiel schweben? Hä? Also ich will schon sagen, dass ich den DS, der definitiv besser steuere. Der DS-Teil. 3DS-Teil. DS-Teil von Smash, jo? Kenn ich gar nicht. Nein, ernsthaft, was war das gerade für ein... New Smash. Ich hatte nur 10% und das haut mich hier raus? Cedric... Cedric geht mir nicht mehr auf und sagt. Mir geht gerade Philipp auf und sagt, weil er einfach Dash Attack macht und dann sich cool fühlt. Ich kann halt was anderes. Ui! Weißt du Cedric, du kannst das Spiel echt nicht. Ich weiß, aber es funktioniert irgendwie. Es funktioniert nicht. Ich hab... Es funktioniert zum 1 gegen 1 halt nicht. Naja, ich sag's mal so, ich hab schon 3 Kills. Wow. Es kommt aber leider nicht auf die Kills an. Kann es sein, dass Link und der Mi-Schwertkämpfer im Prinzip genau das gleiche sind? Kann es sein, dass diese Saug-Attacke leicht ist? Kann es sein, dass du Mi-Schwertkämpfer mains, obwohl es nichts bringt, weil du die nicht mal online benutzen kannst? Ne, kann man nicht. Warum hat man in einem Zeit-Modus Leben? Hä? Das geht. Ne, das ist einfach ein Zeit-Level, damit die Matches nicht unendlich gehen können. Wer spielt denn noch gerne mit Zeit nur? Das ist ja auch lame. Musst du einfach nur mit ein paar Items spammen und dann gewinnst du die Zeit. Tschüss. Oh Mann, ich treff einfach nichts. Ich bin ein absoluter Kackklapp mit diesem Dreckspiel. Oh, so. Sagte Cedric und war besser als Philip. Komm her, Cedric. Pussy. Was bringt mir dieser Stab? Ne, ne. Dein Felkenpunch, da falle ich nicht drauf. Felkenpunch? Man macht den nicht. Felkenpunch, what the fuck? Falscher Charakter, Jüngchen. Du bist so langweilig, Cedric. Das hab ich schon gesehen. Du bist so ein langweiliger Spieler. Echt traurig, dass du nicht echt das richtige Smash hast, sonst wirst du richtig gefickt von uns allen. Och, es ist lächerlich, dass man so viel geheilt wird durch so ein Item. Ich wollt's vor allem selber nehmen, aber ich hab's nicht gefunden. Das ist ein seltenes Item. Ja, ich kann doch nix. Verdammt noch mal. Uh, Teabangen. Komm raus. Ich bin nicht rausgegangen, LOL. Du holst irgendwann automatisch raus, natürlich. Das ist so lächerlich, dass man dann Swords trappen kann. Hä, what the fuck Swords trappen? Wenn du selbst so dumm bist und in dieser Form bist, das ist dann... Sorry, das macht mir jetzt... Trotzdem ist es lächerlich, dass man morgen nicht raus ist. Das wäre witzlos, wenn es bei dem Modus, äh, bei dem Angriff gar keine Nachteile gibt. Falls du es nicht... Ja doch, wäre praktisch, wenn man aber nicht mit, dann mit 10% schon raus wäre. Falls du es nicht gesehen hast, er hatte das auf voll max aufgeladen gehabt. Ja, ich weiß. Allerdings kann man auch nicht mehr weg. Und Ganondorf ist gerade so ein Charakter, der extra... Spielen wir jetzt eins auf auf der Dragon Ball Z Map. Keine Ahnung, ich hab irgendwas genommen, LOL. Dragon Map. Garment. Dragon Map Z. Okay. Dragon Map Z. Dragonborn Z. Dragon Map. Dragonborn. Oh, ich kenn die Map. Hä, das ist Mud and Boom im Hintergrund, what the fuck. Das weiß sogar ich. Hä, man sieht ja gar keinen Boden, LOL. Gibt's hier keinen Boden? Noch nie Dragon Ball geguckt? Nein. Ich hab auch nie wirklich viel geguckt. Das ist ein spezieller Raum, wo die trainieren. Man trainiert ein Monat und es fühlt sich so an wie ein Jahr. Deswegen ist es ziemlich brutal. Ich kann überhaupt nichts. Weißt du, wer auch nur ein Jahr trainiert hat? Der Typ aus One Punch Man, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Der hat drei Jahre trainiert. Mach doch das, was ich will, Yoshi, verdammt. Der hat ein Jahr trainiert. Hä, what the flying fuck? Ich war ja wohl nicht mal draußen. Easy. Ich hab den Überblick verloren. Du bist ein Untermensch. Noob. Keine Ahnung. Ich kann gar nichts. Ich habe leider keine Ahnung, was meine Abilities machen. Tschüss. Es ist relativ nachterhaft, wenn du ein einziger ist, der kein einziges Smash-Spiel besitzt. Ja, aber der eine Typ da ist trotzdem gar nichts. Weißt du nochmal? Wie setzt ich meine Smash ein? B gedrückt halten, während du stehst. Oder C-Sticks benutzen. Es geht auch. Ja, ich drücke B. Das passiert einfach nicht. Ey, das ist lächerlich. Ich drücke die ganze Zeit. Okay, ich kann meine Smash nicht benutzen. Ich kann meine Smash nicht benutzen. Ah, jetzt. Ich kann meine Smash nicht benutzen. Ich kann meine Smash nicht benutzen. Ich schwere dich nicht. So, tschüss. Ja, okay. Jetzt geht's. Fuck it. Hund. Ich meine, ich hab dich schon einmal rausgekriegt. Tschüss. Bin stolz. Was ist das eigentlich? Lol. Gangbang. Ist das eigentlich auch fucking ernst? Nein. Fast konfusieren getroffen. Hast du irgendwie Metallukario oder so eine Scheiße? Das wirkt leicht so. Gibt's nicht auch Items, die einem Metall machen, Lol? Ja, natürlich. Deswegen ja. Natürlich ist das... Junge, du scheiß Cheater. Ich hab wirklich nichts genommen. Da lag irgendwie so ein komischer Nagel rum. Ich bin da drüber gelaufen. Warum benutzt du deine Smash nicht? Ich hab keine Ahnung, wie die Punkte sind. Ich drücke mein... Drücke auf Spezialangriffsknopf. Mache ich. Auf den Spezialangriffsknopf. Jetzt auch. Hä? What the fuck? Tschüss, Jordan. Verdienst. Und hier ein Pokémon. Go! Tschüss. Enton. Enton. Ich freue mich schnell, wenn ich ein Smash Ultimate mit jedem Charakter abziehe. Ist mir relativ scheißegal, Lol. Dreckst Noob. Was macht das Enton? Das Enton vergewaltigt durch dein Winter. Nein! Ich hab euch abgezogen. Yes! Scheißdreck hast du gemacht, du dreckst Noob. Ich bin so gut. Ja, kill yourself, Rayman. Rayman Legends. Gutes Spiel. Ist halt wirklich so. Ne, leider spielen so Noobs wie Cedric das nicht. Obwohl es besser ist als so ziemlich jedes 2D Mario. Nö. Ab New Super Mario Bros, denn die sind Garbage. Es gibt eigentlich einen guten Super Mario und das ist New Super Mario Bros. Das ist leider so. Ne, das Spiel ist leider Trash. Ich finde auch, dass es Overhyped ist. Hä, was jetzt? Oli ist hier doch nicht. Ich meinte jetzt eigentlich New Super Mario Bros. Nein, nein. Nein, das meinte ich auch. Ich sehe mich langsam auch mal raus. Krap. Metall ist leicht overpowered. Weißt du. Warum ist es denn nur Metallform? Ich hab keine Ahnung. Gibt Tropical Freeze eine 5,5, aber so ein New Super Mario Bros mit generischem Level Design, ja das kriegt natürlich nur 8 von ihm. Nö. Nicht wirklich. Ich bin gerade raus und raus gelaufen, weil es keinen Spaß macht dann. Ja warum bist du überhaupt Metalldingens nur gewesen? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Leck mich Philipp. Ich hab keine Ahnung. Ich bin dumm und fett. Ja natürlich, du hast das da eingestellt. Lächerlich. Sagte Alex und war dumm und fett. Ähm. Ich bin mir zu 100% sicher, dass er das einfach nur eingestellt hat. Nigachu! Nigachu! Fresse halten Philipp. Grassierst nicht. Nigachu. Robb ist immer noch bester Charakter in Smash. Hä? Warum gibt es nicht die NES Farben? Äh die Super Famicom Farben. Junge ich spiel behinderte rote Farben. Das sieht ja mal richtig scheiße aus. Ich bin ja auch Kommunist. Äh Robb. Random Stage. Sehe ich auch. Random Stage. Randome Kai Stage. RANDOME KAI Stage. RANDOME KAI Stage. Anti Ransom. RIP. RIP. Yay mein Virenprogramm hält sich mir hier. RIP deinem Rechner. Hallo? Spiel? Kannst du mit unwätzigen Memes aufhören? Philipp geht zu Cedrics... Philipp geht zu Alex Geburtstag und spammt Memes einfach. GEDUSCHED GEDUSCHED Oh niggas. Nee warte ich muss mal kurz den Knopf finden. If there ain't right, it ain't right. Das sehe ich auch so. Welcher Knopf ist das verdammt normal? Loll, was ist das mit deinem Charakter? Was willst du denn jetzt Alex? Ah! Und ein X ist das bei mir. Hä? Was ist das so für ein garbage? Wer wird dann auch fuck Bombe auf Alex, Cedric. Wer auch immer das ist, der Linkspiel. Fucking Linkspammer ey. Das sind eh die schlimmsten Menschen auf dem Planeten. Es funktioniert ja, ist das Lustiger. Es funktioniert halt nicht. Ach! Man muss nach oben loslassen, um die Recovering zu machen. Es ist genauso wie Memes. Die funktionieren in nem sozialen System auch nicht. Wenn du zu irgendeinem Treffen gehst und mit Memes vollspamst, dann mag dich leider auch keiner. Werdigung? Oh mein Gott. Ich spiel's. Lol, man muss ja für die Recovery, um die zu machen, muss man die Knöpfe loslassen. Was ist das mit? Noob! Okay. Noob! Komm her! Was machst du mit deinem Schild da? Was da fuck? Ich bin mehr wert als du. Die Bomben sollten nicht so ein Knockback... Ah, schön Ultrasmall. Komm her! Du bist so ne Postie, Cedric, weißt du? Ich smash euch gleich. Boom! Fuck it! Junge, ich fuck dich gleich! Ist halt wirklich so. Boom! Tot! Hey, what the fuck? Nein! Als ob du immer noch deine scheiß Form hast! Ja. Ich bin halt OP. Was spielst du auf so'n B-nacken Kerl, Alex? Ha! Noob! Das geht erstmal gleich auf die Fresse! Was wollt ihr alle von mir? Hallo, mein Supersmash will... Oder wie auch immer man das nennt. Ultrasmash. Hä, ist... Es will halt nicht! Ja, danke! Im komplett falschen Moment! Geil! Gutes Pokémon, bitte! Ach, du Hurensohn, Anton. Mach's gut. Tschüss! Detail der O Universe! Was ist das for'ne komische U-Air? Nein! Hallo, Anton! What the fuck haben wir uns da re.. Ja, skrrrrrrrrrr...! Wo society 밥 mit uns gegenseitig... Waat! Ich nehme mir noch 260 AA..... canatt, zu Hause! Un'theid- Smash, nein! NU! Get fucked! Bitte, was? Lol, was ist denn.... Was ist denn von... Loob? Loob, was für ne'ne Final Smash? Das ist äh, wer ist er nochmal, wie der Angriff, eh... Das ist dieser Spezialangriff von der Pikachu-Linie. Nein! Warum hab ich jetzt den fucking Fächer? Was ist denn mit meinem Pikachu falsch? Volt Tackle soll das, glaub ich, sein. Verpisst euch! Ja, das könnte auch sein. Tschüss! Nu! Ich drück halt die ganze Zeit irgendwie nur irgendwas. Wisst ihr auch, was auf der Straße liegt? Das ist ein Kamehameha, Junge! Sorry, ich hab mich grad verteilt. Das ist auch auf der Straße liegt ein Penner. Wisst ihr, was ihr seid? Penner. Au. Ich bin schon tot. Weißt du, Cedric, du bist echt ego-los, ne? Ja! Die neuen Shika-Bomben. Du kannst halt nichts, Cedric, ey. Junge, ich freu mich, wenn das neue Smash raus ist. Smash! 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 Es ist so, dass ich dich nicht zu ficken kann. Ich bin zwar nicht so gut wie Jordan, aber ich bin besser als Philip immer noch. Ja, aber ich werd jetzt besser. Wenn ich weiter übe, dann bin ich fast genauso gut wie Jordan. Nee, du wirst niemals so gut sein, Luke. Wie aktiviert man dieses Scheiße verdammt nochmal? Ja, B einfach. Es ist immer spezial. Ja, hab ich die ganze Zeit immer vorher gemacht. Ja, du musst an deinem Gegner stehen. Du musst halt B gedrückt. Ich war am Gegner verdammt nochmal und es ist lächerlich, dass du das dann auch einsetzen kannst und deins permanent hält so ziemlich. Hä? Ja, es kommt mir auf den Charakter an, Luke. Ey, Jordan, wenn man... Seins ist permanent, macht aber nicht auf On-Hit so viel Schaden. Ja, ja. Also, wie macht man denn die Recovery, wenn du springen musst oben los? Wie Tadet? B oben. Du drückst nach oben. B und... Also, du drückst einfach... B oben. Oben B, ja. Ist doch nicht schwierig. Spring oben also. Ja. Natürlich, was denn sonst? Ich bin zu dumm, wenn die Recovery... Irgendwie sah das gerade relativ lustig aus. Das ist so witzlust, ich komm nicht dazwischen. So, auch mit Perfect Shield. Wo ist denn Rui Fit Trainer in dem Game, ey? Rui Fit Trainer. Oh, wow. Weißt du, mach mal gleich die Items aus, weil Cedric kann ohne Items auch nicht gewinnen. Yay, ich hab gewonnen. Fast. Hast du immer noch nicht? Ich weiß, ich hab eh keine Chance, aber ich weiß... Wenn du jetzt mich kackst, ne? Ich reporte den. Oh, mein Gott. Tschüss. Oh, wie lässt man Items denn auch los? Meine Fresse. Mit dem Rap-Knopf. Ja, genau. Dann sagt mir das doch mal einer, lol. Ja, du hast doch vorher nicht gefragt, Alter. Das ist in Mario Party auch nicht gesagt, wo ich landen würde. Hund. Ja, siehst du? Der wird doch einen Stern mehr bekommen, aber trotzdem verkackt. Erstmal spoilern. Christentum-Stern kenn ich gar nicht. Mein Lieblings-Smash-Boss-Charakter. Cedric, fick dich! Mein Lieblings-Smash-Boss-Charakter, den ich ja endlich in Smash Ultimate spielen kann. Los, jetzt macht endlich! Wendom-Stage! Hi! Lass die Kleberolle von dem Mikro! Lass die Kleberolle von dem Mikro! Auf die Schul und dann aufs Fenster! Skat! Hä? Wo ist der Tennis-Räger? UQ-Bert aus dem Spiel. Lol, was macht eigentlich, wenn man mit seiner Farbe eigentlich alles einfärbt? Ne, dann hast du 100% und damit K.O. bin. Ach so. Was, Edzhaft? Nein. Fällig lustig. Du weißt, was ich lustig fände, wenn der Holocaust... Stage basiert ja auf irgendeinem Arcade-Spiel. Wisst ihr, was ich lustig fände? Ralf Reis. Wisst ihr, was ich lustig fände? Stimmt, den gab's ja glaube ich auch als Nebenrolle oder so. Ich fänd mal ganz lustig, wenn's den Holocaust wirklich gegeben hätte. Ach mein... mein Gott, Philipp. Irgendwann gehen mir die dritte Reichwitze auch auf den Sack, ey. Jetzt reichste, Adler! Ist halt undustig, eigentlich. Machst du sowas bei allen sozialen Settings? Hast du deswegen so ziemlich Freunde? Keine Ahne. Keine Ahne. Alex, Alex, du kassierst einfach wieder. Erstmal war ein Waluigi-Combo-Video fürs Smash Ultimate angeguckt. Warum kann ich nicht springen? Ich kann nichts. Das stimmt. Das stimmt. Warum schluckt der schon wieder? Da ist er. Der Schnup! Der Schnup! Weil das letzte Mal ganz lustig war. Warum hab ich jetzt... Alter, ich komm einfach nicht dran. Warum hab ich jetzt ein dummes Item? Alex, lass mich nicht ran. Ja, so siehst du auch aus, dass dich niemals dran lässt. Aha! Ich hatte gerade einen Albtraum, in dem du mit, äh, Marie... ... bist. Freunde, was sind das? Kein bisschen mit dieses Konzept. Yes! Alles gekillt! Ich bin so gut. Schön mit der Becker. Auuu! Hä? Ich hab mein Item nach... What the fuck, Waluigi? Ich hab mein Item nach dem... Hä? Kann man schweben? Nee. Nee, wenn du dein, äh, dein, äh, recovery nach oben hast, dann schwebst du. Ja, ja, das schon, aber... Das ist grad so komisch anders geschwommen unten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Geschwebs, geschwoben. Geschwibs, geschwimt, geschwimt, geseinnt, gehabt werden. Uh, tot! Als ob du den Punkt bekommen hast. Natürlich, aber die Punkte sind eh irrelevant. Es geht doch nur um Leben. Ich hab das Item grade weggeworfen. Deswegen spiel ich auch nie um Zeit, weil das fuckt halt einfach ab. Wenn dann irgendein... Du machst halt die ganze Arbeit, dann kommt irgendein Noob an, klappt den Kill und kriegt dann halt den Punkt. Ja, ja, eine Heilung für mich. Bei Verlasten. Hä? Der Fick? Er ist deutsch gedreht oder so? Huh? What's happening here? Ist das irgendein Spezialereignis, oder ist das ein Bug? Hat er... ja, keine Ahnung. Also mir wäre jetzt kein Item bewusst, was es macht. Vielleicht ein Totemann oder so? Hey, warum kann Bomberman irgendwie weniger springen als alle andere Charaktere? Nee, hat einen Doppelsprung. So wie jeder Charakter in Smash Bros. Ja, aber irgendwie springt das bei mir. Jeder Charakter in Smash Bros. Ich kann teilweise nicht richtig springen. Philipp, es kann natürlich sein, dass du schon dein Doppelsprung losgeworden bist. Dann kannst du auch nicht mehr springen in der Luft. Ja, nee, das meine ich jetzt nicht. Wow, was ein cooler Fall jetzt mal. Ich hasse dich. Und tschüss. Nee. Da hab ich zu wenig Prozent. Noobs, get fucked. Nein! Ich stand noch hinter ihm. Kann man nach dem Doppelsprung noch ne Recovery machen? Natürlich. Ja, klar. Philipp, du bist so ein Drecks. Das krieg's sogar ich hin, lol. Das krieg ich einfach hin. Junge, Smash Ultimate werdet ihr alle wieder abgezogen. In Smash Ultimate werdet ihr alle wieder abgezogen. In Smash Ultimate wieder anzukreien. Ich find halt mega kaputt, dass man die Knöpfe loslassen muss. Das krieg's einfach nicht hin. Alex, freust du dich schon darauf, in Smash Ultimate wieder zu kassieren? Was bin ich denn jetzt? Ich bin besser als Philipp. Ja, natürlich bist du besser als Philipp. Ja, also. Jeder ist besser als ich. Nee. Okay, dann. Ja. Ach, es ist so lächerlich. Hallo. Boom! Ah, jetzt endlich. Avada Kedabra. Sim, Sim, Sim. Aua. Hab mich rausgeflogen heute. Tschüss. Suizid ist bei meiner Aktion. So ehrenlos. Hoffentlich bleibt der Hammer auch für immer. Nee. Fänd ich aber lustig. Junge, er hat noch zwei Leben. Denk doch mal nach. Hä? Er hat kein Leben. Hä? Was? Was? Ich hab mich auf einmal zu dir verwandelt. Das war mein Final Smash gerade. Sag ich auch nichts zu. Das ist die witzlosesten Hitbox, die ich in einem Spiel überhaupt gesehen habe. Ouija ist witzlos. Ich war ja nicht mal in der Nähe. Ouija ist geil. Was ist das für ein OP-Charakter? Das ist ein Drecks-Meme. Oh, Scheiße. Die machen ja auch nicht irgendwie... Was macht dieses Item da? Scheiße. Was macht das Item da? Das hier? Das ist ein Bumper. Das kann man werfen und dann liegt das da ziemlich ekelhaft. Dann bist du dagegen. Ja. Fertig. Aha. Ich bumpe gleich in deine Mom. Nimm da einfach eine schöne Kombo mit einem Smash-Angriff und dann Final Smash hinterher. Fertig. Dann hält der auch sein Laul. Final Smash. Gut, das war ein Fail. Super. Genau. Ich glaub, vielleicht kommt's zum Sudden Death, ey. Oha. Sudden Death? Was ist das? Sudden Death? Achso. Das ein Hit und du bist raus. Ja. Ne. Nicht immer. Nicht unbedingt. Wenn du ein Fox bist und dein Drecks-Liter das spamst, dann killst du halt immer noch keinen. Ja, ist auch... Ich find das echt lustig, wenn Zedrick gewinnen würde. Sudden Death. Was? Was? Weil ich die Punkte gemacht habe wahrscheinlich. Hä? Zeig mal kurz. Zeig mal kurz. Points einer. Ne, er drei. Hä? Ich hab mehr Punkte. Damit's an den Prozenten liegen. Ja, das ist relativ lächerlich, lol. Ja. GG easy, oder? Dann wär ich einfach defensiv ausgewichen. Ich wollte die einfach rauskriegen, lol. Lame. Raio ist, äh, voll Fick. Was? Ice Climbers. Ich bin jetzt auch mal minderwertig. Wüsst du das nicht immer? Facko. Meta Knight. Dewey. Saki. Chun-Li is thick. Hä, wer is thick? Wer is thick? Sandbobs and Veggie. Chun-Li aus Streetfighter. Letzte Runde. Streetfighter. Genau so wie Ryu. Ryu ist auch voll. Wir haben schon den 15 Minuten-Part überschritten, ne? Ja, wir sind schon bei 20. Ja, und? Irrelevant. Leute hassen uns. Cedrics-Fans könnt ihr nicht zählen. Richtig. Tetris! Oh! Oh, das ist doch hier die... Ich bin Luigi. Ich bin Minderweil. Ich bin Luigi. Luigi. Gönn dir. Ja, bestimmt. Gönn dir. Was ist das? Das klingt irgendwie wie die WarioWare Musik. Tschüss. Was macht B bei mir? Suizid ist immer noch... B ist der Feuerball eigentlich, also zumindest im normal Smash. Hier der... Nein. Er ist einfach nur schlagen bei mir. Das ist der Jab du Keg. Das ist ja nicht normal was du dann machst. Ach so stimmt, ich hab ja ne andere Steuerung. Deswegen ist bei B bei mir normal. Sag einfach spezial wenn du irgendwie spezial bist. Das muss nämlich immer nach der Feuerball sein. Zeig mal. Ja. Ne ist so ein... Ja. Ist halt das eh nicht irgendwie fertig. Ja. Spielt sich eh genauso gleich. Von daher. Nur ne Referenz an Superstar-Saga sein. Schon klar. Du dreckst Noob, alter. Stirb! Na... Was ist denn los? Ach der hat auch so ein Wall-Dings. Guck mal Leute. So ein Wall-Jump, ja. Ja. Hat so ziemlich jeder Charakter. Ey ich könnte heulen. Boom! Oh fuck. Lol. Irgendwie ging mein Item gerade nicht lol. Aber hab ich das falsch kapiert. Kann man nur versteht. Hätte ich die da runter gehauen ne? Junge, warum rennst du mit Dash Attack auf mich zu? Bist du 5 oder so? Ey ist das ein Final Smash? Ne. Oh fuck. Das war ein Final Smash. Ja. Stimmt. Tschüss. Ja. Es ist so lächerlich, dass ich die ganze Zeit ausweiche und dann einmal... Lol. Aber das war... Wenn du chillt, dann weichst du richtig aus. Nie. Tschüss. Fuck. Nein. Uh. Wee. Junge, warum gehst du auf mich? Der hat noch 3 Leben, Alter. Ich geh auf alle, lol. Soviel dazu, ne. Und dann baum. Fuck. Ich hab mich grad richtig cool gefühlt. Erstmal gleich mal Neem Soundboard raus holen. Boah, Junge. Warum bist du eigentlich sofort sterben gegangen? Ich bin ja gar nicht. Du bist so im Drecksnoot, ne? Ich bin auch im Drecksnoot. Ich hab aber mein DS dabei. Nein. Ist das Shield Break? Ist das ein fucking Shield Break? Nicht... Noob? Ey, Jordan, wir können gleich auf dein 3DS... Ja, geht auf mich. Geht mit zu Hause. Ja. Ach, du bist eigentlich aus deinem Adolf Hitler DS geworden. Ja, natürlich hab ich den immer... Boah, da ist ne Wand zu Läuf. Hoffe nur, dass ich nicht weggebannt werde von den Namen. Schau. Hast du deinen Namen extra zensiert oder wird der zensiert? Der wird extra zensiert. Ja, auf meinem fucking DS, Junge. Ha, ha, ha. Ist mir dabei. Okay, mach den neuen... Nee, leck mich. Mach den neuen Nintendo Network Account 50, Alex. Ist das wirklich so? Crying, Alex. Das geht ja trotzdem auf meinen Account. Von daher. Hoffentlich kommt Nintendo an deine Haustür und reportet dich. Nee, Mann. Ach, dieser Spass. Scrapte da für Dödele. Danke für die Maxi-Tomate bei knapp 150% oder sowas. Hat sehr viel geholfen jetzt. Nicht wirklich, weil sich trotzdem gleich draußen läuft. Ist korrekt. Uh, sogar mit Walljumps, Cedric. Was bist du denn so? Hä? Ich hab da einfach gedrückt irgendwas, Lloyd. Oh, nein. Ich hab die gesaved. Geil. Oh, ich wollte das nicht. Tschüss. Fuck it. Wieso kann der fucking Typ jetzt so schnell machen? Oh, fuhu. Ich mach mich raus. Ich bin gerade... Nein, ich wollte... Mit dir ausmash. Lol, die ersten du dich wieder recovered. Also... Oh, fick dich. Ich bin einfach zum Schlecken. Nee, Mann. Ah, ich hätte Schäppe benutzen sollen. Einfach. Ey, bitte auch das nicht. Ey, das war nicht schäppig schlau. Boom. Boom. Big Shake. Smoke trees. Smoke trees everyday. Komm her. Er rennt einfach nur weg. Scheiß, Kuiper. Cedric, wusstest du, wenn du bei deinem Ding in Darm, PC und Schalter auf Null bist, beschleucht sich die Leistung deines Rechners um 100% an deiner Power-Flighter auf. Wenn du System 32 löscht, dann auch... Was? Das hat mich getroffen? Oh, wow. Cedric, du bist ja so gut. Wenn du System 32 löscht... Dann wird dein PC viel besser. Ja, das sehe ich auch so. Nee, ich muss einfach niedrige Prozentzahlen halten. Ey, John, du will nicht aufstehen. Willst du 1000 bei V-Bucks haben? Dann schick mir ein Screenshot davon, wie du System 32 löscht. Fake Giveaway. So muss das. Meine Fresse, was war das? Ich habe doch den Air-Dodge gemacht. Dieser Air-Dodge hier ist der größte Bullshit. Hä? Das ist ein Air-Dodge. Wie ich halt schon wieder nur wegen der Zeit verloren habe. So wie in Smash Ultimate. Nee, hey. Du hast nur einen... Du musst den gleiche Scheißdreck kriegen. Was willst du schon wieder für eine Thought, Alex? Junge, in League of Legends hast du drei gebannte Code, weil du so scheiße bist. Also haupt du. Naja. Bis irgendwann, ciao. Bis irgendwann. Fick noch ein LOSER.